So, so, so YouTube, hallo, hallo, herzlich willkommen zu Geotastic. Wir wollen eine kleine Runde Geotastic machen mit unserem allbekannten Preset. Ich lade es, bedeutet drei Runden, unendlich viel Zeit, 18.000 Punkte können wir bekommen und ja, wir werden irgendwo in der Welt abgesetzt und müssen herausfinden, wo wir sind und wir werden das hoffentlich schaffen. Ich bin gespannt, wo es uns heute hinführt in Runde 1. Republik of Alabama, Albania, Alabama, Albania, ja, fast. Okay, Albania, der Lenz ist da, die Vögel singen, tralala, wahrscheinlich Elbasan oder so, da sind Berge im Norden, das würde gut passen. Vielleicht noch Tirana. Bei Elbasan waren wir öfter, die haben auf jeden Fall eine Abdeckung. Äh, Kantier, n, de, irgendwas, okay. Union Bank, also das ist alles da. Hm, die Statue wird uns nicht großartig helfen, ne? Okay. Ähm, Busstation, Richtung Berge, ne, komme ich hier irgendwie rein? Ich komme hier nicht rein, kann das sein? Das ist ein Problem. Okay, ich kann da nicht lang. Und hier werde ich die ganze Zeit zurückgesetzt. Ähm, ich gehe nochmal an den Startpunkt. So, hier kann ich nämlich rein. Jetzt geht's. Okay, ist ein bisschen friemlich an der Stelle. Oh, und bei Klicken kommt man irgendwo anders hin. Also, ich kann nur die hier benutzen, sonst landen wir sonst wo und ich weiß nicht, wo wir landen dann. Oh, ich glaube, jetzt sind wir aus der kritischen Stelle so ein bisschen weg. Oh, Mann. Oh, nee, das ist echt ein Scheiß-Start. Albanier-Trans, Athen und Co. Vielleicht beim Stadtbus. Was sind alles Reisebusse hier? Ist ein Flixbus, nicht wahr? Sieht fast so aus. Also, er bewegt sich hier wirklich Meter für Meter voran. Ministerium Djergitisisem. Hm. Wir müssen auf jeden Fall rausfahren. Oder irgendwo, da ist noch ein Bus, nicht? Irgendeinen anderen Hinweis, den wir auch verwerten können. Ich glaube, als Google-Auto oder Google-Fahrer hier, da muss man echt Lust haben, auch Auto zu fahren. Oft hängt man ja irgendwo fest. Hier. Tirane. Also doch, Tirana. Also doch, Tiran. Tirana. Dann dürften wir sogar hier sein, nicht? Wir fangen gerade nach Süden. Das heißt, hier hin. Hier sind wir gerade drüber, glaube ich. Und jetzt kommt diese Kurve. Und jetzt kommt diese Kurve. Nach Nord-Osten. Weil die geht nach Westen, oder? Ah, nee, das ist erst ein Kreisverkehr. Ah, noch besser. Okay. Hier wäre ein Kreisverkehr. Dann könnten wir hier sein, aber wir starten ja an was Großem. Ist das auch ein Kreisverkehr? Nee, das ist kein Kreisverkehr, nicht wahr? Das ist ein... Was könnte das Ding hier sein? Eine zweigeteilte Straße an der Oper. Da müssen auf jeden Fall viele Straßen zusammenlaufen. Ist hier die Oper? Nee. Kongress? Ist hier die Oper? Universität? Nee. Ich meine, so viel kann das ja gar nicht sein. Oder wir sind hier raufgekommen gerade. Historisch... Oper! Da. Aber das kann nicht die Stelle sein. Dann sind wir hier vielleicht. Das können doch gerade so sein. Aber dann wäre hier ein Rossmann. Und hier ist... Tirana International Hotel. Hotel. Ich glaube, an dem werden wir uns am ehesten orientieren können. Hotel Opera. Hier. Hier sind wir. Okay, die Straßen sind ganz anders. Das steht jetzt nördlich von uns. Das heißt, wir sind jetzt hier. Aber die Stelle sieht nicht so aus wie die hier. Weil du hast ja einen deutlichen Kreis, aber du hast auch sehr viel Fläche hier. Das heißt, das ist irgendwie das hier alles. Sieht nicht mehr ganz so aus. Ähm, bedeutet aber auch, wir starten hier. Und hier geht's nämlich nicht nach Norden weiter. Ha! Weil hier eine Baustelle ist. Das heißt... Das sieht wirklich alles anders aus. Kacke! Kacke! Ich drück nach da und der fährt nach hinten. Ich liebe es. Also hier ist wirklich gerade richtig ange... blökt. Hier. Da. Ruger Boulevard Zugi Won. Ja. Und A7 Wuxi. Sehe ich hier zum Beispiel gar nicht. Also wir sind... Können nur auf dem hier sein. Ulewa Sugi Sugu Won. Aber A7 Wuxi gibt's nicht mehr die Straße. Okay. Oder sie steht hier nicht richtig dran. Hier ist Richie Petralla. Petralla. Das heißt, die haben das umgebaut und umbenannt. So. An welcher Stelle stehen wir genau? Wir stehen vor der linken von der... Oh. Da so. Finish. 3,56 Meter. Ja. Hier nicht. Die Straßen sind anders eingezeichnet, als das hier wirklich aussieht. Das ist ja ein Halbbogen. Aber trotzdem eindeutig genug gewesen. Immerhin und damit in Runde 2. Wo geht's hin? Vereinigt Arabische Emirate. Sieht schon mal gut aus, nicht wahr? Könnte aber noch sonst was sein? Großstadt liegt in die Richtung. Ist das der Burk Khalifa? Dann wären wir wirklich... Ähm... Der ist... Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja. Hier glaube ich am Wasser. Hier ist die City Mall. Und man sieht den ganz gut. Das ist so ein Stern dann. Dubai Festival. Aber man muss denn irgendeine doofe Zoom-Stufe oder alles lesen. Das ist so immer mein Ding. Ich lese die Sachen alle gar nicht. Hierum kann er nicht sein. Der war irgendwo... Ich glaube der ist hier. Dubai Creek Tower. Jetzt sage mal... Ich dachte man... Ja, den... Gut, aber die haben die Karten auch überarbeitet, nicht wahr? Sheba... Safapark... Burschi... Hier, da. Da. Jetzt sieht man ihn. Ja. Wo ist er irgendwo hier an diesen Dubai Mall Dingern? Und wir sind nordöstlich. Das heißt, wir sind hier vielleicht. Da drüben ist ein Schild. Das Schild des Glücks. Wir werden es gleich wissen. Speed Limit. Nee, das ist kein Schild des Glücks. Und wir fahren nordöstlich. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Okay, die exakte Stelle herauszufilmen wird super schwer, weil hier nix ist. Kein Orientierungspunkt, keine abgehenden Sachen, nur eine lange Straße. Oh man. Da ist ein Schild. Oh man. Al-Karak. 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 So, sehen wir Al-Karak. Al-Ajin. Wenn, die haben auch andere große Gebäude, nicht? Das kann auch hier Abu Dhabi sein. Al-Fati. Hier steht doch keine Straßennummer. Aber da vorne vielleicht. Da kreutzt auf jeden Fall irgendwas. Okay, das kann man nicht mehr lesen. Exit. Al-Karak. Al-Karak. Amman. Oh, da bin ich ja ganz falsch. Jordanien. Und dann steht aber UAE, äh, bla bla bla. Okay. Aber dann Al-Karak. Hier. Und das ist irgendein anderer großer Tower. Die 15 sind wir. Das Problem ist, wir fahren ja nach Nordosten. Dann können wir nur hier sein. Oder hier, auf dieser kurzen Stelle oder sowas. Hier wird es zur 35 und hier zur 45. Al-Karak auf die 50. Das ist schon mindest hilfreich, um das einzugrenzen. Hier. Dann sind wir auf der kurzen Strecke. Wow. So, weil wir sind hier an dieser Brücke, nicht wahr? Hier ist die Abfahrt gewesen. Das ist das Ding. Das heißt, wir kommen von hier. Und wir fahren die ganze Zeit nur gerade. Und, okay, hier ist dieser Abgang mit diesem Dreieck. Dann stehen wir hier. Oh, das ist gut. Und zwar, jetzt ist die Frage, ha, das zählt bis da hinten wahrscheinlich. An irgendeiner Stelle bis hier vermute ich. Das heißt, wir stehen wahrscheinlich da. Das ist südlich. 21 Meter. Das war ein Glück, aber mehr hätte man nicht herausfinden können. Waren doch weiter nach hier außen. Hätte ich nicht gedacht. aber das ging doch ganz gut. Aber warum da Vereinigt Arabische Emirate stand, hat mich verwundert. Aber das geht in Runde 3 weiter. Oh, endlich mal ein bisschen grün, aber eine richtig scheiß Stelle in der Kurve. Und keine markante Kurve, nicht? So eine scharfe S-Kurve und danach auch Kurven. Palmen. Ja, Linksverkehr. Ich hätte Neuseeland nämlich als erstes spontan gesagt. Wegen die hatten wir neu schon. Chris Wine. Okay. Weirder Felsen auf jeden Fall. Jetzt ist es auch gelb auf der Straße. Ja, dann wäre es eindeutiger gewesen, wäre es gelb auf der Straße gewesen. kurz dachte ich an Europa, als ich die Straße gesehen hatte beim Startpunkt. Hier, die hier. An Schweden oder so, aber als die Palme kam und dann Linksverkehr hat den Rest besiegelt. Waihaha Access Turn Right Waihaha Waihaha Gisborne Wellington Letztes Mal waren wir irgendwo hier. Hier sind nämlich auch Waipu Karikari Waikuku Das ist die heißen alle so. Okay, haben wir noch ein Stück bis zum Access. Muss ja was dranstehen, hoffe ich. Oh, Scheiße. Tut's nicht. Das ist blöd. Great Lake Trail Okay, Great Lake. Lake Tago Hier haben sie mehr Lakes. Lake Watipaku Lake 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 Blah Lake Blue Hoffentlich hat der nicht nur einen zweiten Namen, sondern heißt wirklich einfach nur Great Lake. Sonst bin ich aufgeschmissen. Lake Bummer River Das sind alles River Lake Rotorana Gut, Great Lake würde ich auch nur Sachen nennen, die wirklich Great sind, nicht? Also das hier zum Beispiel Western Bay Stump Bay Der hat keinen Namen. Das sind alles nur Buchten, keine Lakes mehr. Also vom Land, vom Great Lake könnte es ja fast nur das sein. Und Y Ha Ha Ex Hier ist Y Ha Ha Access. Okay, hier stehen wir. Und wir sind genau an der Stelle. Tip Putu Rot Da steht nicht dran, dass die so heißt. Die geht nach Nordosten weg. Ja, doch. Und wir fahren aber jetzt eine Kurve und die kommt hier nicht. Nee, da sind wir nicht ganz. vielleicht hier. Wir kommen auch nicht aus einer Kurve. Vielleicht steht hier irgendwie Y Ha Ha Access. Ich meine, hier ist Y Ha Ha. Deswegen ist eigentlich viel mehr Möglichkeiten gar nicht da. Wir fahren Nordosten, also so. Dann vielleicht hier. Hier Track. Da, da sind wir. Das heißt, hier hinter müsste eigentlich jetzt ein großer Fluss kommen. Da sind wir. An der Stelle. Okay. Ja, schon mal gut. Das heißt, wir wissen, was Richtung Nordosten kommt. Wir stehen in einer Kurve. Ja, einer von denen hier stehen wir. Entweder hier, hier, hier nicht. Wir fahren die ganze Zeit nach Nordosten. Jetzt ist die Frage, wie geht es hinter uns weiter? Südwesten? Verständlich. Ein bisschen länger Südwesten. Das heißt, Nordosten Nordosten die ganze Zeit. Die nächste Kurve, das ist ja lang, nicht? Das ist echt lang. Jetzt eine langgezogene Kurve nach Süden. Eine sehr langgezogene Kurve nach Süden. Ja, die nach Süden führt. Das könnte die hier sein. Und dann kommt eine kurze gerade Strecke und führt dann rum nach eine lange Strecke nach Südosten. Norden Osten Süd Osten. Das ist das hier. Das heißt, wir stehen irgendwo hier. Also hinter unserer Kurve kommen wir nach Osten. Leicht Nordosten. Das könnte das hier sein. Aber hier ist kein Merkmal. und dann geht es wieder nach Norden hoch bis wir nach Nordosten kommen. Und dann geht es ganz lang. Jetzt dürfte keine Kurve mehr kommen. Hier kommt noch eine Abfahrt. ist nicht eingezeichnet. Old House Site Schade ist nicht drin. Und hier hinter dem Hügel hat man dann gesehen nicht dass noch gerade geht. Nee aber guck mal da kommt doch noch mal eine Kurve. Was haben wir hier? Auch nochmal einen Abgang aber der ist auch nicht eingezeichnet. Das könnte halt irgendwas von den Dingern hier sein. So und da vorne ist der Axis. mit dem Fluss. Ich meine die ist hier nicht ganz gerade. Aber ich wüsste jetzt auch nicht die Stelle besser einzugrenzen. Eins zwei drei vier fünf sechs sind wir aus der Kurve raus. Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf 13 14 15 16 17 18 19 sechs zu 19 das ist das dreifache. Das heißt, wenn wir irgendwo stehen, dann eher hier. Aber wir können genauso gut hier stehen. Da bin ich mir echt unsicher, dass das eben nochmal dieser Schlenker war. Newt Westen und dann kommt eine ganz langgezogene und dann sind wir eher westlich. Ne, das ist hier nicht. Boah. Das ist echt schwierig. Hier sind echt Nuancen entscheidend. Also das ist gesichert, nicht? Die lange haben wir. Dann kommt hier eine Kurve, hier ist halt auch so eine Beule drin. Das kann halt diese eine Schlenke über den Berg sein. Und wenn wir hier rumfahren, dann sehen wir nochmal die nach da. Hier ist die langgezogene und dann kommen wir eher nach Westen. Das würde nirgendwo passen. Ich sag jetzt Finish. 44 Meter. Okay, ich hätte noch stundenlang diskutieren können, aber was hätte ich besser eingrenzen sollen? Wir haben kein Merkmal. 44 Meter ist echt noch Glück. Also wir waren schon durch den südlichen Teil. Okay, dann war ich leicht gedreht. Und deswegen habe ich das nicht als Süden und das hier nicht als Westen wahrgenommen. Gut, aber ich habe mich ja richtig entschieden. Die Stelle haben wir identifiziert, die war eindeutig. Uff, und damit kommen wir zu den Final Results. 18.000 Punkte, doch geschafft am Ende. Es wacken ab. 23 Minuten haben wir gebraucht, davon 7,5 in Albanien, 5 Minuten 32 in Jordanien und Neuseeland 10 Minuten 28. War am schlechtesten, aber insgesamt eine sehr starke Runde und wir sehen uns zur nächsten wieder.